Ja, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen, ne, einem neuen, einer neuen Aufnahme. Zurück zu Dragon Ball Z-Blockai 2. Ähm, ja. In der letzten Aufnahme waren wir mit der, dings, mit dem, mit dem, mit dem Aufnahmeck fertig. Ähm, und, ja, genau. Das hatte er noch. Ach, so, betrachten wir das, nehme ich mal mit. Ähm. Ich habe, ups, diese Aufnahme bereits gemacht. Mehr oder weniger. Ähm. Ich weiß, er konnte Super Saiyan. Ach ja, finaler Bash. Nehmen wir mal die weg. Super Saiyan. Ähm. Die neue Mode für Rüstung. Äh, ja. Die Aufnahme hatte ich schon mal getestet, aber da, oder auf, ja, angefangen. Äh, aber da hatte mein Dings Probleme. Ähm. Mein Emulator, der ist kaputt. Naja, kaputt gegangen nicht, aber der hatte irgendwie Probleme, keine Ahnung. Der hat, äh, ist abgestürzt, gerne mal. Und, ich habe ihn aber mal neu installiert. Vielleicht funktioniert es ja jetzt. Ähm, naja. Funktioniert eigentlich alles? Ja gut, das funktioniert auch. Äh. Wunderbar. Wunderbar. Ich hoffe, der Sound ist jetzt korrekt. Ich habe ihn noch mal ein bisschen eingestellt. Letzte Aufnahme war ja nicht so super. Ähm, ja. Schwächling. Okay, okay. Ich bin übrigens auch jetzt live gerade, aktuell. Äh, gucke zwar keine Sau zu, aber ist auch egal. Ich meine, stört jetzt mich nicht. Dementsprechend ist halt nur, wenn ihr gerne mal zuschauen möchtet, einfach unten in der Videobeschreibung Hitbox abchecken, folgen. Ähm, ich werde dann wahrscheinlich auch nicht immer um 0 Uhr anfangen, äh, aufzunehmen. Wie ich es jetzt mache. Ich habe da bald Probleme. Zack, da, da, bam. Aha. Oh, er macht auch irgendwas. Säure. Aha. Perfekt. Okay. So viel dazu. So. Ich habe, ah ne, das hatte ich ja, das war ja eine alte Aufnahme. Ich hatte, äh, den, äh, R2. Button hatte ich, ah, mit der Rütenflash, cool. Äh, hatte ich falsch gelegt und zwar mit, äh, dem hier gleich gesetzt. Mit der Taste nach oben. Also mit der Taste nach oben, genau. Ähm, ja, ich bin total verwirrt gerade. Egal. Hi. Ähm, wir, wir, oh, jetzt haben wir, glaube ich, alle Ashes, wie ich es immer so nenne. Crash, Bash und Flash. Ich hätte gerne das noch ein Smash. Wut und Ehrlich nehmen wir mit. Dann Piccolo. Gut. Du kannst mir nicht entkommen. Lala, besiege den Enemy. Wie unfassbar schön einfach dieses Spiel eigentlich ist. Oder sein kann. Ähm, wenn man das auf der PS2 selber spielt, dann wird das scheinbar immer runterskaliert. Weil die, ne, also wenn, wenn ihr mal so ein, ähm, so ein PS2-Spiel spielt. Na, okay. Ähm, wenn ihr mal so ein PS2-Spiel spielt, so, viele von euch werden das kennen. Das ist ein bisschen, äh, hoppla. Ähm, ein bisschen unscharf und so weiter. Aber wenn man das hier auf dem Emulator spielt und hochskaliert, Mann, das sieht so unfassbar gut aus. Schon wieder geperfectet, Alter. Ich bin heute richtig gut. Krass. Skill erlangen. Dämonenschwinger. Ach, das war doch der Griff von ihm, genau. Genau das gleiche habe ich auch in einer anderen Aufnahme gesagt. Nicht Dennis-Erholung. Dennis-Erholung ist Müll. Ähm, so. Ich muss erstmal wieder klar, komm auf die Steuerung. So, gehen wir mit ihm nach unten, denn, dann kriegen wir nämlich beide einen Buff. So, er bewegt sich jetzt nicht. Und... Dann machen wir mal den ersten Kampf mit Goku heute. Du bist einfach nicht gut genug für mich. Ach ja, ich war gerade... Ich hatte gerade so die Befürchtung, hä, nehme ich überhaupt meinen Sound auf? Aber ja, das mache ich ja alles mit X-Split. Da war ja was. Hab ich ganz vergessen. Wow. Was? Kein... Perfekt. Verdammt. Das war der erste nicht-perfekte und, äh, das war nur wegen einem... Einem Punch in die Fresse. Naja. Gut. Tragisch. Tragisch, tragisch. Recuum Hyper Swing. Warum kriege ich was für den Recuum, Alter? Naja. Von mir aus. KI, äh, Key-Steuerung, nicht KI. KI ist was anderes. So, mit ihm nach vorne. Es gibt leider keinen doppelten Buff. Aber ja. Man kann auch nicht mit, äh, drei Leuten auf einem Feld stehen. Das heißt, äh, wir gehen gleich da in die Mitte. Mit Piccolo und danach mit, äh, Sprechling. Danach mit, äh, Goku. Weil dann kommt nämlich Gero auf uns zu. Und, äh, ja, dann ist es ganz schön mit Goku gegen Gero. Oder Gero. Genau. Swag. Ups. Bam, bam, bam. Wow. Komm. Aber mal. Im Hintergrund. Na? Na, 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 na. Komm, komm. Gellicke ho. Gellicke ho. Ah, kein, okay. Kein Perfekt. Was? Nein, du wirst... Als Super Saiyan werden wir dich verrichten. Keine Chance, Alter. Keine Chance. Tag Crush, nur von Reddit, alles klar, warum auch immer. Wut, von allen zu verwenden. Okay. Wut mit drei Ausrufezeichen. Ich glaube dann, kann es sein, dass er dann... Einen Augenblick. Äh, der hat... Vielleicht eher hier. Er hat noch zwei frei. Wut mit einem. Kann ich nicht... Ah, ne, hab ich keinen. Und Wut mit drei, äh, braucht dann, glaube ich, auch. Moment. Ne, brauch sogar vier scheinbar. Okay. Dann hab ich nichts gesagt. Ich dachte, das wird... Das ist so ein Indikator für... Wie viel, ähm... Dings man hat. Äh, oder nicht wie viel Dings. Wie viel, äh, das... Brauch. An Plä... Freien Plätzen. Er hat leider keine Fe... Äh, kein... Äh. Oh. Was? Wow, den letzten Hit hab ich noch getroffen. Hahaha. Ach, sehr schön. Ah. Haha. Easy. No problems. Alles klar. Skill erlang. Ständig gekommen. Ja, nur von Gohan. Ja, gut. Gut. Dann mit ihm nach dort hin. Und... Oh, brav. Mit ihm rennen wir aber zurück. Einfach nur, weil ich's kann. Alles klar. Okay, ich dachte, er kommt auf mich zu. Na, er wird nochmal so. So. Ist jetzt gequatscht. Was? To think that the Cyber Rangers could be defeated. Okay, now it's your turn. Brace yourself. He, he, he. You're the one who should brace yourself, Goku. If you think the Cyber Rangers are the only fruit of my research, and you're great to be mistaken. What? What have you caught up next? That would be me. Since our last encounter, I've been continuing my research and have rebuilt myself as an Android. I'll warn you now. I have all the data that there is on you. Prepare yourself. Prepare yourself. Ah, das ist klar. Ja. Weiter geht's, ne? Goku. Let's go. Na? Au. Mach mal gar nicht mehr. So. Das ist somit eine der einzigen, äh... Shit. Eine der einzigen Attacken, die ich kenne von ihm. War nicht hier noch irgendwie... Moment. Uh. Na, komm. Ey. Ich krieg nicht... Nee, jetzt... Nö. Ich sagte hin und dann nur schlagen. Hi. Aber leider war das nicht der Fall. Ja. Gut. Damit haben wir wohl, äh, das Level geschafft. Nein, natürlich nicht. Wir haben jetzt erst mal... Oh, wir sind die dann gespawnt. Ganz komisch. Na ja, gut. Sieht aus, als wären wir es in Sicherheit. Ja, natürlich. Er war es wirklich. Wer zum Teufel bist du? Also hatte doch der Shiro doch recht. Gut, dass er uns... Dass er es uns gesagt hat, bevor wir ihn töteten. Aber ist das wirklich Goku? Das sieht nicht sehr stark aus. Und du weißt es bestimmt. Äh, blablabla, blablabla, blablabla. Nummer 16. Es ist soweit. Ich töte ihn. Das scheint richtig zu sein. Und was machen wir? Wir wollen zwar nicht auf Dr. Shiro hören, aber das wird sich ja lustig, wenn er wirklich Goku ist. Jetzt wissen wir die Shiborgs. Die Shiborgs müssen wir jetzt auch noch töten. Ich glaube, ich besiege mit ihm, beziehungsweise... Äh, das ist doch doof. Ich weiß halt nicht, wo ich ihn hinschleudere. Äh, sie. Entschuldigung. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich... Also, sie werde ich 100% nicht... Moment. So kann man machen. Sie werde ich 100% nicht, wenn ich mit Piccolo angreife. Äh, blablabla, ne? Da hinschleudern. Gehe ich nicht von aus R nach hier. Und dann kommt sie nach dort. Dann wird sie wieder zurückgeschluckt und dann komme ich mit Vegeta gar nicht ran. Ich möchte sie nämlich gerne mit Vegeta plätten. Ich weiß nicht, warum. Ich glaube, damit kann man was freischalten. Ich bin mir aber nicht sicher. Hier ist das eigentlich relativ egal. Das heißt... Äh... Hören wir erstmal an. Ja, weil nämlich diesen Kampf gibt es ja auch. Ah, na toll. Jetzt habe ich auch noch, äh... Dings online... Äh, an... Naja, besiege den Feind. Moment, das kriege ich doch weg. Das kriege ich doch raus. So, beenden. So. Wunderbar. Au. Na, warte. Ich kann auch einen lila... lila strahlen. Na? Nein. Aha. You fucked up. Aua. Okay, das war das, ne. Okay, das war das, ne. Treffer und Tod und... Yeah. Elkabauts. Dankeschön. Vielen Dank. Okay, und du kannst auch hier vorne, weil... Einfach so. Okay. Und jetzt geht's los. Ach, natürlich. Weil... Ist eigentlich in Ordnung, weil... Ich werde dein Gegner sein. Schmock. Ich werde wahrscheinlich jetzt zweimal mit Piccolo kämpfen müssen. Äh... Ja. Komm, wir beginnen. Weil er steht vorne. Außer er wird jetzt besiegt. Dann muss ich jetzt mit Goku... Dann muss ich danach nochmal mit Goku... Und dann nochmal mit Goku. Weil... Äh... Au, 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 au. Na? So, das ist übrigens der Dämonenschwinger. Nicht wirklich schwingig, aber... Vielleicht ist das der Swinger. Ach. Nein. Ah, sag mal. Da war der ein Rocket Punch. Haha. Down! Er sieht sehr unspannend aus. Ich weiß. Die Kämpfe sind alle nicht sehr spannend. Liegt einfach daran, dass ich schlecht bin. Yay! Yay! So, das Schöne ist nämlich einfach... Die haben alle drei Leben. Das heißt... Wobei... Ja, die kommen jetzt auf mich zu, genau. Are you here too, Piccolo? You may not be quite up to the task, but you can still help us kill some time. Huh. Enough of your smart mouth. I'm gonna finish you right here. Hmm. You're just like the Saints. Full of foolish pride, aren't you? Very well. Ordinaryly, I wouldn't lower myself to take on the likes of you, but this time is special. Don't think it's gonna be so easy. Okay, also wenn ich bin... Wenn ich... Natürlich... Ich... Meine... Äh... Pläne sind alle... Äh... Natürlich... Hinsichtlich da... Äh... 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 Dass ich... Gewinne, ne? Die ganzen Kämpfe. Und zwar... Ihn besiege ich, dann gehe ich mit Son Goku gegen 16, mit Piccolo gegen 17. So. Und dann 18 wird mit... Hawa. Wird dann mit... Vegeta vernichtet. Na, warte. Lass mich nur aufstehen! So. Naja. Das Problem einfach auch an... Ähm... Piccolo und auch Vegeta ist einfach, dass ich recht wenig... Äh... Moves hab. Und... Ich kenn diese ganzen... Super-Kombos immer nicht. Und die sind mir alle viel zu kompliziert. Okay.